Hallo, grüß euch. Da ist wieder einmal der Heinz aus hier Steppen. Ich erzähle euch einen Witz. Zwei ältere Männer, schon jenseits der 80, sitzen auf einem Parkbankerl und sinnieren so, sagt der eine. Mein Gott, na, Freunde, kannst dich noch erinnern, wie das war in unserer Jugendzeit? Na war das nicht schön, sagt der zweite. Ja, Mann, ja das war wirklich lustig. Was haben wir da alles gemacht? Mit Standern weit geschmissen, miteinander haben wir weit gepischt, sagt der andere. Machen wir es wieder? Ja, probieren wir es aus. Na, die zwei stehen auf, machen sich zu schaffen, da unten im Unterstübchen und dran umeinander und auf einmal sagt eine. Oh, oh, jesus, oh, jesus, 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 jesus. Jetzt hab ich meine Schuhe kapinkelt, sagt der zweite. Hast du wohl an? Applaus